...in internationalen Besetzung. Eine künstliche Sonne auf dem Meeresgrund. Elektronik und Lasertechnik in höchster Vollendung. Die gigantische Stadt Äquatoriana, 20.000 Meter unter der Meeresoberfläche. Die genialsten Wissenschaftler der Welt konstruieren unvorstellbare Wunderwerke der Technik. Hier in der Tiefe bildet sich das Menschengeschlecht von morgen. Focken mich meine Augen, oder ist das... Ja, Diamanten. Echt? Hier bei uns in Äquatoriana ist alles echt, Mr. Lorten. Dann können wir wohl. Die Großmächte der Erde versuchen mit modernsten Waffen und Methoden dieses neue Paradies zu erobern und für ihre Weltherrschaftspläne zu nutzen. Professor Mellek, ein diabolischer Chirurg, verpflanzt menschliche Gehirne auf aggressive Großtiere. Ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt. Dieser japanische Thriller wurde mit Millionenaufwand von dem Meister des utopischen Films, Ishinohonda, gestaltet. Die kühnsten Träume menschlicher Fantasie. Hier werden sie erregende Wirklichkeit. Dieser einzigartige Blick in die Zukunft lohnt sich. U-4000, Panik unter dem Ozean. Luka ist ja. Luka ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020